35 Modellpiloten aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg, aber auch aus Köln, Bremen und Magdeburg nutzten am Wochenende die Möglichkeit, ihre Jet-Modellflugzeuge auf dem Flugplatz des MFC Edertal fliegen zu lassen. Die Sonne strahlte und auch die Geselligkeit kam bei Würstchen und Kuchen nicht zu kurz. Nur der Wind machte dem einen oder anderen Piloten zu schaffen. Den alten Hasen, die schon mehr als 20 Jahre fliegen, machte er jedoch nicht so viel aus. Für den MFC Edertal war der Jet-Flugtag ein voller Erfolg. Denn auch rund 60 Zuschauer kamen zufällig, um sich das Fliegespektakel am Himmel bei Frohnhausen anzuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.